Ich darf euch alle, wer in den neuen Freunden des Karnevals hier ganz herzlich zu unserer Karnevalsauftrags-Session begrüßen mit den drei verankräftigen Navid. Navid! 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 Wir haben gestern Abend im Heimathaus das neue Prinzenpaar proklamiert. Hier steht es vor Ihnen, das wir doch sich gleich vorstellen, aber zuvor möchte ich mal das Mikrofon weitergeben an unseren Beigeordneten Michael Mann. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, Petrus hat auch eine rote Kappnass an und wir haben wunderbares Wetter hier. Das freut mich ganz wunderbar, dass wir hier zusammenkommen können und nach der gestrigen Nacht kann es heute Morgen eigentlich nur weitergehen. Wenn ich hier stehe, dann darf ich meinen Chef vertreten. Der Chef sitzt im Auto, muss nach Aachen fahren. Ich kann den Bischof mit ins Amt einführen. Naja, ich glaube, ich habe es besser erwischt mit euch. Ich freue mich ganz toll, dass wir mit so vielen Toilitäten hier stehen können und wir freuen uns wirklich jetzt auf die nächste Session. Ich bin überzeugt, nach der gestrigen Veranstaltung wird das hier in der Wied gut klappen, aber wenn wir in die Runde schauen und dann weiter gucken, nach Engers, nach Gladbach, nach Müller-Kerlich, was wir da haben, Westen mit den Hohnefeldern, das ist ja wunderbar, dass wir hier wirklich so in der Runde zusammenkommen. Die Kinderprinzipare aus Feldkirchen und aus Oberbiber, die da sind, also ich bin überzeugt, dass wir in Neuwied, eine wunderbare Karnevalstadt, auch in dieser Saison sein können und heute hier in der Sonne noch ein paar Stunden mehr verbringen können. Auf uns, auf den Neuwieder-Karneval und ich denke, wir dürfen auch noch aufrufen auf ein dreifach Donnerst Neuwied. Hallo! Neuwied! Hallo! Neuwied! Hallo! Und geht wieder ab. Ja, Dankeschön, lieber Michael Mang. Und natürlich haben wir auch die Kinderprinzenpaare von Oberbiber, Feldkirchen, sowie die anderen Prinzenpaare von Mühlein-Kerlich und Engers auch mit hier an Bord, die sich nachher auch präsentieren und vorstellen werden. Aber zunächst gebe ich mal das Mikrofon ab an den Hofmarschall seiner Qualität, an den Ingo Palmes. Jo, danke Gerd. Tja, wie der Gerd eben schon gesagt hat, oder der Michael eben schon gesagt hat, Petrus hat eine rose Pappnars an oder in diesem Jahr eine grün-goldene. Die rote haben wir ja jetzt erstmal abgeschnitten. Ne? Ne? Kommt nix. Gut, ich möchte euch natürlich heute Morgen unseren Hofstart vorstellen, im Besondere auch unsere Toilitäten. Ich fange mal an. Ja, kann ich eigentlich gar nicht anfangen, weil leider die Hofdame, die ich jetzt vorstellen würde, unsere Gisela, die Nacht unter die Räder gekommen ist, die liegt leider kränkelnd im Bett. Wir hoffen, dass heute Abend wieder dabei ist. Lisa ersetzt also heute unsere Gisela. Allah! So, fangen wir mal an mit unserer Hofdame Silvia. Herzogin Silvia, die närrische Salzsierer vom Hohenberg. Allah! Allah! Dazu gehört natürlich auch unser Mundschenk. Mundschenk Herzog Dennis von Padi und Platte, erste Runde. Scheiße! Ich merke mich doch. Aufschreibe. So, dann haben wir als nächstes, ja hätten wir jetzt die Gisela gehabt, Gisela leider nicht da, aber unseren Mundschenk, Großherzog Uwe von Hella und Pfennig. Allah! So, und ich habe natürlich auch eine Hofdame. Meine Hofdame ist die Hofdame Erzherzogin Claudia vom Rebenhang in Scherjerland. Allah! Allah! So, dann haben wir jetzt unsere Lieblichkeit. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Bettina, die erste auf dem Berg zu Rhein-Grafenstein. Allah! Allah! Und das Wichtigste in diesem Jahr, unser Prinz, Prinz Frank der Erste von Transport und Verkehr. Hallo! So, dann darf ich das Mikrofon mal abgeben an unseren Prinzen. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Oh, ich sehe hier einige Gesichter, die wurden auch gar nicht so lange her, die ich die Nacht schon mal gesehen habe. Aber zum Ersten möchte ich es jetzt mal vorstellen. Unser Hofmarschall, Ingo, Erzherzog, der gleichgeilte Drehung von Stierlitzegg. Zweite Runde. Der Tag wird Frank Fröhlich. Aber du, aber ich. Das liegt an der Kälte. Entschuldigung. Cody, du bist ja auch schon wieder da. Grüß dich. Hast du ein Zehner-Card? Ja. Schön. Ja, ist doch. Ja, ist doch. Boah. Boah. Aber jetzt geht es so langsam. Ich sehe, die Sonne kommt raus. Genau, bitte. Und ich hoffe, dass wir es hier zusammen in der Heimathaushalle erleben dürfen, weiter mit in die Säle bringen können und dürfen. So nach dem Motto, lasst uns alles zusammen feiern und eine richtig geile Session haben. Dankeschön. Ah, ja, da war was. Da war was. Danke, Herr Hofmarschall. Dann möchte ich mit einem dreifachen Neuwitt 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 und eine grüne Seite. Ah, es sieht gut aus. Oh, Mann. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt immer nur so kurz schlafen, ne? Herzlich willkommen, mein liebes närrisches Volk. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Gestern Abend unsere, ja, Intronisierung, Proklamation war einfach himmlisch. Hinreisen. Man kann das überhaupt nicht beschreiben, man muss das ehrlich selbst erleben. Und wir haben ja auch viele kleine Kinderprinzenpaare. Vielleicht steht irgendwann von denen auch mal jemand hier oben als großer Prinz oder Prinzessin. Jemand eben vom Oberbiberer Prinz. Ein Oberbiberer Prinz hat es ja sogar ans Fernsehen geschafft mittlerweile. Ja, wenn Engel reisen, das Wetter ist einfach perfekt. Ich hoffe, wir haben da doch am Rosenmontag, damit man nicht wieder den Zug verschieben müssen. Ja, und jetzt wollen wir den Tag genießen und hier heftig feiern. Und darauf ein donnertes dreifach Neuwitt Neuwitt ran Hmmm Neuwitt 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 Lauwitt Neuwitt erreiche Nächste �